Bhagavad Gita, Vers 2.53 Wenn dein Geist nicht länger von der blumigen Sprache der Veden verwirrt ist und fest in der Trance der Selbstverwirklichung verankert bleibt, hast du das göttliche Bewusstsein erreicht. Erklärung Dass jemand in Samadhi ist, bedeutet, dass er Krishna-Bewusstsein vollständig verwirklicht hat. Das heißt, einer, der sich völlig in Samadhi befindet, hat Brahman, Paramatma und Bhagavan verwirklicht. Die höchste Vollkommenheit der Selbstverwirklichung ist die Erkenntnis, dass man der ewige Diener Krishnas ist und dass die einzige Aufgabe darin besteht, seine Pflichten im Krishna-Bewusstsein zu erfüllen. Ein Krishna-bewusster Mensch, das heißt, ein unerschütterlicher Gottgeweihter, sollte nicht von der blumigen Sprache der Veden verwirrt werden. Auch sollte er sich nicht mit fruchtbringenden Aktivitäten beschäftigen, die ihm Zutritt zum himmlischen Königreich verschaffen sollen. Im Krishna-Bewusstsein kommt man direkt mit Krishna in Verbindung und so können auf dieser transzentralen Ebene alle Anordnungen Krishnas verstanden werden. Es ist sicher, dass man durch solche Aktivitäten Ergebnisse erhält und wirkliches Wissen erlangt. Man muss nur die Unterweisungen Krishnas oder seines Repräsentanten des geistigen Meisters ausführen. Man muss nur die Unterweisungen Krishnas